Als sie die Juden wollten, habe ich geschrieben, ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie die Juden wollten, habe ich geschrieben, ich war ja kein Jude. Als sie mich wollten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Der 1994 Song aus dem Wartner hieß Deutschland eigentlich Zombieland. Hier ist die Neufassung für dieses Jahr 10. Hier ist das Manifest 2016. Das, was uns in diesem Land im Wege steht, das ist die Bitte, nur wer ihn seht. Wir haben uns doch immer schon früher beschwert und fängst immer noch genau so beschissen. Der Freitagsmorgen in der Ex-Bahn fährt, weiß, warum wir aussterben müssen. Doch darauf zu warten, ist auch keine Lösung. Denn politisch gesehen ist das System das Problem. Wer das Geld hat, hat die Macht. Wer die Macht hat, hat das Recht. Moralisch verkommen und ohne Charakter. Legen wir mal jeden die Werte als Akte. Und wachsend war wahrlos, sind innerlich leer. Hinterhand sind welche leer. Der schwachste Geweiser, kein Ende in Sicht. Wir vergeben und wir vergessen das nicht. Das Land, das uns zählt, in Dunkelheit gesählt. Wo die Dekoranz, wo Bewusstsein fehlt. Wir fielen der Gesellschaft, wir fielen los mit. Konsum ist im Tätisch, Regeneration und Bullshit. Neurotische, eiskalte, scheintote Wesen. Angeistiger Armut wird die Welt nicht genießen. Historien sind ruhig gestellt, narkotisiert, und wir tarnisch, karakterlos, schluckselig stört. Mit autistisch, anmutender Aggression, und mit leeren Gesichtern, und null Emotion. Sozialverfahren aus, doch nach nur verkommen, und wir sollen in meiner Armwagdrehen bekommen. Ein Heer, von Trissern, uns in das Gesicht. Nein, eine solche Welt, wollen wir nicht. Es wird nichts vergessen, es wird nichts vergeben, zumindest nicht mehr, in diesem Leben. Es sind nicht, es sind nicht die Nähe, auf denen wir tanzen. Es sind keine Leute, die wir hier pflanzen. Es sind nicht die Deppeln, wo wir lachen. Es ist keine Hoffnung, die wir euch machen. Es ist nicht der Elfmeidung, aus dem wir gucken. Es ist der Berg Scheiße, auf dem wir sitzen, und von dem wir spucken. Wir müssen die Wärme, die Kohle des Systems zu knacken, das Kapital und den Stier, bei den Eiern zu packen, über Schatten zu strecken, in Rollen zu schützen. Lasst uns die losen Händen verpüllen, benutzt Händen, die dauernd verschackt, indem enttet ihr das Herz in die Hand, wir strecken die Haare, und Stück für Stück, nehmen wir das, was uns zusteht, zur Sorge.